Hauptsache der Seehofen-Lover schreibt in die Nachricht Obwohl er einfach eine Streamchatter verschreitet Verfolge ich nämlich aufmerksam Das war eigentlich alles... Ah! Ja, ich fall halt genau in die Gegengesetzrichtung Stark Linke von Smooth Tut immer gut Na jetzt, wie kann ich da mal so einen Sprung stark machen? Nach vorne dann eher 2, ne? Ja, aber wieso willst du einen Sprung schlagen machen? Einfach so? Jawoll! Sexy! Einfach alle hacken Sexy Sprung schlagen Wahrscheinlich hat er mir geschrieben Über Xbox Live Jetzt sind es 8 Zuschauer Ich verstehe echt nicht warum so wenig Dark Souls anschauen Ich mein... Hallo? Dark Souls? Soll schon gut gut sein? Achso, ne du hast ja jetzt den regulären Weg aufgemacht Ah ja richtig, genau Da musst du... Ähm... Ja, da langlaufen, genau Und dann die Tür hast du aufgemacht Da steht jetzt halt der Typ, an dem musst du vorbei Oh, komm wirklich Du Asi Und falls es zu schwer, wird gibt es noch ein paar Möglichkeiten, dann kann es erst mal sein Wolle dich einfach spielen lassen Nein, das wird nicht mehr so gut Nein, den Kauf muss sich bezüglich Ja, den musst du... Weil der steht Da... Ist schon wieder... In Ordnung Machbar Der... Der Rest... Der geht doch einfach... Der geht einfach Aber der... Ne aber... Ja... Was ist das denn jetzt? Ich will mir einfach den Weg versperren Ähm... Du kannst zur Not nämlich noch deinen Bonfire auf... Plus 10 machen Ja, also... Ja, richtig, ja Ja, richtig, ja Ja, genau Ja, ich wollte auch nur die Seelen Wie viel macht das überhaupt? Das steht jetzt... Wahrscheinlich hätte ich nicht mal gelohnt Gut, ich lasse mal... Die... Die Spinge Ohhhh... Ja, lass mich halt nicht mal ausweichen Oh Gott Und da gibt es noch einen Schmied Es gibt noch einen Schmied, zu dem du gehen kannst Der kann auch Donnerwaffen upgraden Okay Glaube ich zumindest Hoffe ich für dich Ja, hoffe ich auch Aber... Davor werde ich Beide schon besiegt haben Weil das Problem ist Wenn du jetzt Dir zum Beispiel Eine neue Waffe machen willst Oder so Dann musst du nämlich wieder komplett anderlande zurücklaufen Dann zur Sensfestung fliegen Und doch komplett Sensfestung durchlaufen Damit du erstmal wieder Warte, du musst mich nochmal lang Wir sind An der Treppe vorbei Ah ja, richtig, da Genau da hinten Ja, warum steht der erst draußen auf einmal? Hm, der steht da immer Und läuft dann die Treppe hinter dir hoch Komm, ich hab aber komplett AHHHHH Immer Ich bin der Noch nochmal Noch Noch Aber das war der, der immer von der Treppe Also der von oben gekommen ist Der, der, der die Treppe normalerweise, wenn du die Treppe hochläuft, dann läuft der, die hinterher Ah, also Achso So So Jetzt, durchleutig. Ich bin nicht so, der der Schnellere teils pfittet Du warst Also mein Dachstors Ruhe entfernt So Stille war so tief das ist jetzt aber der extrem schnell ja das war die rechte der ekelhafte ornstein ja ja komm was ist denn für ein scheiß ja das will ich jetzt sehen der fett sieht aus wie meine engen schlieren gar nicht so groß 720p los ja das war ich kurz drei bis fünf sekunden oder so glaube ich jetzt komme ich jetzt wollen dann zurück und stream du kennst noch das prinzip von dem kampf wenn du einen besiegst muss den anderen in der großen mission besiegen ah ja richtig wenn ich wenn ich an seiner zuerst besiegt ne wenn ich smooth zuerst besiegt dann musst du super ornstein besiegen und wenn ich zuerst ornstein besiegt musst du super smooth besiegen und super smooth ist eigentlich leicht oder und das ist der witz nämlich super ornstein ist extrem schwer obwohl smooth halt am anfang leichter zu töten ist weil er einfach mehr angriffsfläche bietet und wie langsamer ist das heißt es ist eigentlich ist der kampf einfacher wenn du von anfang an versuchst zuerst ja dann stopp mal fast oh und da war die rechte oh fuck my life wo ist denn der penner ähm ja der ist auch pass auf der kommt dann wieder so raus das ist nämlich der auch wenn der 20 jahre lang hinter dem so rumbackt kommt der trotzdem mit der sen raus oh ich sehe schon boah ok das ist die echten ninja skills ja ist er ja schießt halt durch ihn durch genau sag mal kannst du mal aufhören nicht zu verdecken den hat er sich in den fach was gewinnt Säule hin oder her? Ja, ist so. Wir haben auch schon Säulen. Halten wir nur das ganze Haus hier zusammen. Ganz komplex hier. Du darfst jetzt zuhause mit so einem Hammer durchlaufen. Einfach komplette Inneneinrichtung demolieren. Schade, da habe ich mich schon fast drauf gefreut. Weg springen, weg springen, weg springen. So ein Zehntel hast du jetzt geschafft. Immer gut. Noch. So ein Drechsel. Oh. Ich würde dir ja gerne sagen, dass wir alle Säulen zu spüren sind. Oh, dass ich dich nicht gegenseitig angreifen könnte. Ist ja so schön. Haha. Oh, noch sechs Zuschauer. Oh, shit. Ein letztes Flank habe ich noch. Easy. Also, neun zu wenig. Ich würde ja gerne sagen, wenn alle Säulen zerstört sind, dann kraft der Raum ein. Wir sind beide tot. Die Videosequenzen, beide sind tot. Aber das ist völlig egal, weil der Statiker, der hat sich schon was dabei gedacht. Ja, weil er ist tot und... Es braucht gar keine Säulen, um die alle zu halten. Die sehen wir ja auf der Refektur, ergibt keinen Sinn. Was hat denn die Säulen? Hat das mal das große Tor gereffnet? Nö, das brauchen wir ja nicht. Der öffnet jetzt lieber den... Die Bauchdecke von diesem Tor. Und dann... Wow. Ah, das war sie. Letzte Säule. Ah, Alter. Ja. Müssen wir hier mal anders hinsetzen, damit ich irgendwie... Ja, irgendwie ein bisschen... Ja, so geht das schon einfacher. So. Maik ein bisschen höher. Oder doch nicht. Das passt schon, das passt schon. Sind sich jetzt halt so... Weil mein Nacken wird hier gerade umgebracht. Haha, Bitch. Hier krieg ich. Ach, verdammt. Ich wollte gerade ausweichen. Ja, da geh ich nicht vor Eigen holen. Ich bin nicht vor anderen London. Das ist ja wundervoll. Ja, aber das ist jetzt fest. Und dann kommen wir zusammen. Das Move machen. Yeah. Das wäre noch eine Möglichkeit. Zusammen das Move machen. Ja. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Ja, ich würde sagen... Also für alle, die gerade noch Zuschauer... So... Was waren wir denn? Ja, gut. Keiner Durr. Ja, ja. Das ist wohl schade. Aber... Ja, ich weiß nicht so. Ich wollte eigentlich mit. Vielleicht nach oben sogar. Ah. 22 Uhr oder 21 Uhr. Und du bist dann den... Und den Ender gestreamt. Aber jetzt bin ich eigentlich schon weiter als davor. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sieht aber doch ein Schwenk aus. Tja. Nächstes Mal soll es wieder... Oh! Haha. Ah. Oh! Puh! Ja. Jetzt ist er wieder... Schön. Was? So... Was war das? Jetzt sollt ihr aber echt... Doch mal erst das Fall nehmen. Oh, da hinten, ne? Die ganzen Säulen! Die armen Säulen. speculär. Nächstes Mal macht vielleicht deine Erstes Versen hoch. Also das is leider voll da. Mhm? Ja! Boh connectivity halt weg! Winasta sozusagen. Oh Zhit! Ich dacht jetzt ist schon nicht... Whoa, na, 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 nin, na, 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 na. Glückwunsch für diese Nullseelen. Die Video. Die Nullseelen entscheiden alles. Was ist? Was ist Schein? Du hast Toter in den Überschriften. Ja, geil. Wenn ich das gleich mal ändern. Sobald ich das nichts versterbe. Oder Orszahle zuversiegt. Ja, im Grunde, du bist ja Toter. Alles was dich versucht zu töten ist OP. Scheiße. Wow. Oh, zu schade. Siehst du dieses eine Säulenteil, was in der Luft rumsteht? Ja, nein. Aber mich fasziniert das gerade. Das kann ich nicht. Okay, okay, okay. Oh, was war das denn? Die Rechte. Jetzt haut mal ab. Das ist keine Säulen mehr, die mich irgendwie schützen könnten. Ja, aber du kannst trotzdem mit. Krass, krass, krass. Ich habe das Gefühl, der rennt immer weiter. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr hässlich jetzt. Okay, komm mal her. Haha. Oh! Ich habe schon die Hälfte des Lebens. Ja, noch ein Essos. Da ist der Säulenteil. Achso, ich erzähle nicht, der es ist. Was ist das? Oh, for fuck's sake. Okay. Okay. Nein! Holy crap. Okay, okay. Max, du hast Dota nicht. Achso, das war gar nicht jeder. Also, ich dachte, hier hätte ich mir gesagt. Äh. Okay, dann wird das jetzt mal schnell geändert. Irgendwie. Ja, als Game wird sogar Dota angegeben. Ja, ich weiß, das wählt es nicht automatisch aus. Also, gibt es kurz eine Stream-Unterbrechung.